Ich sehe sie noch nicht. Ich hab sie gehört. Doch, doch. HALTER, warum denn O- Ach ja, noch zwei Minütchen. So, was machst du in deinen Ferien, Markus? Außer bis drei Uhr morgens Warface zocken. Bitte um sieben Uhr morgens. Korrigieren bitte. Bist du sieben Uhr morgens? Ich war heute bis 8 Uhr. Wach. Ja, wach. Lava war keine Scheiß. Ich schwör. 7.45 habe ich mal ein bisschen ausgemacht. Um 8 Uhr bin ich dann. So, dass du gleich mit deinen Eltern früh schicken kannst. Ja, die sind da, ne, die waren das längst weg. Die stehen da, ne, auf halb fünf. Und gehen da um sechs Uhr. Super, und der Oma zockt ja noch. Ich zockt ja noch. Aber meine Eltern ist das egal, es ist eh Ferien. Das würdest du auch unter der Schulzeit machen, nur Lappen. Würdest du auch unter der Schulzeit machen? Ja, das werde ich das auch machen, ja. Halte die Bessie ist tot. Und ich habe heute bis zu viel geschlafen. Äh, 17 Uhr. Und da war ich dann um, wieviel war ich? Um halb eins. Und hab dann, Jo, das Barface hochgeladen. Aber das ist trotzdem noch nicht fertig geworden. Also, dann bist du nicht mal pünktlich, um halb neun Termin zur Aufnahme zu kommen. Was? Dann muss ich noch essen. Ja, wenn wir Eltern später heimkommen, kann ich auch nichts dafür. Hättest du ja vorher was gemacht, du Lappen. Nee. Kannst du nicht kochen? Nee. Oder du bist faul, ja. Okay, du kannst es nicht. Kochen kann ja nie, damit es kocht. Fertig. So schwer ist es nicht. Wir haben uns mal lesen können, kannst du lesen? Ja. Das kann ich gerade noch. Ah ja. Habe doch Schwierigkeiten damit zu lesen, aber... Machbar. Was ist denn das? Buchstaben, Wörter, Sätze? Noch nee. Das sag ich mir in der Schule. So, wir verlegen uns. Ja. Und wir verlegen uns nach irgendwo wo Actionist. Der aus der Buss Lambo, Lamda, Lamda. Aber da ist die Mana. Aber da ist letter Beta. ないase. Da kann man nicht spawnen, natürlich nicht. Ds lickl. Äh... Wöwkan kann nicht spawnen... Neher ist echt tot. wir können nach dingen gehen nach eisern labs gekämpft wo wird gekämpft die leute jetzt fünf minuten lang nichts gesehen ja weil hier gekämpft wird ein bisschen zumindest in den teleporter es geht schneller ja wohl ich nehme den teleporter wo sie ein teleporter genau mein schieser anläuft weil er behindert ist wir haben das guide hier ja das ist sehr laut hast du ja Warum? Du liest doch eh nicht. Du kannst eh nicht reden. Du kannst eh nicht reden. Du kannst eh nicht reden. Audio. Wo ist Chat? Wie kann ich denn den muten? Der ist ja nervig ohne Ende. Wo ist... Wo ist Chat? Und dann? Ja, muten. Rechts stehen dann die Namen. Voice Chat deaktiviert. Müsst du jetzt... Ach so. Boah, Alter. Ich hab der Voice Chat einfach deaktiviert. Das ist einfacher. Boah, das sind so viele hier, ey. Entgeschickt. Ja. Ist einfach nur der Wurde, ey. Void Gardens. Kann man wieder gehen, ey. Nein, jetzt hab ich den Max gezogen. Du kannst doch eh nur sterben, Mann. Die schießen zwei Schisse auf dich und du bist tot. Wo ist das geil? Ich sehe sie nicht. Wo ist sie denn? Die ist hinter dir, Alter. Ja, genau. Genau da. Aber ich habe Anilator, ich kann die auch abdrehen. Gute Idee. Ich hole mir das Ding noch drauf. Ich schrotze. Musst du. Wie kommt sie? Oh, ich sehe sie noch nicht. Ich habe sie gehört. Doch, da. Alter. Warum denn auf mich, ey. Alter Junge. Wie schnell die mich tot machen als Max. Natürlich. Das ist Level 100, ey. Was ist denn, hä? Wollen wir gar nicht angreifen, Alter. Nö, da können wir weggehen, ey. Können wir weggehen, ey. Können wir weggehen, ey. Jetzt rennt ihr nicht, wenn nehmen wir Level 100er, wo Void Gardens rumrennen. Mach wieder voll Spaß, ey. Du könntest Biolab angreifen. Da kommt dich schon wieder. Na, wo müssen hin? Im Arsch. Ja, im Arsch sind wir schon. Ja, das ist... Ja, dann gehen wir Biolab. Und sterben weiter. Wahrscheinlich geht's hoch und wird weggeknapt. Du hast die Warnersen so P. Aller, die schießen einmal drauf und haben 1000 Schüsse weg. Du hast schießen einmal drauf und haben 1000 Schüsse weg? Ja, die drückt einmal drauf und ihre scheiße Linke Maustaste und die haben 5000 Schüsse und da ist einer. Die sind einfach OP, was auf der liegt ne Mine. Ich weiß. Darum ist es ja scheiße, weil nur da hinten steht noch einer. Behinderte da, ey. Wo ist ja behinderte? Na, ich hab die Mine gefunden. Nein, das ist eine andere. Hab sie trotzdem gefunden. Oh, Mann, fickt euch doch, je Scheiß Warnung. Ja, Void Gardens und Gemma. Na, einmal machen, noch einmal machen. Das wird nix. Bambar-bu-lua. Einfach mit dem Battle-Schuss in der Städte. natürlich alle mit dieser bettelt schuss dann ist es anders gemacht wenn wir so eine waffe hätten nein aber trotzdem es rennt wirklich jeder darum ist ja einfach gar kein von uns der irgendeine waffe umläuft keine ist nicht mal dark oder so noch keine warfahrt bestimmt wirklich bei tagen lappen ist jetzt merken mr helm ist auch ein lappen wenn mr helm ist er ist einer von uns ist ja meine mr box 100 xp kill ja ja irgendwas gekriegt ich will hier nicht sein nein wir gehen nach woken werde gerne sohn ist echt gegen 24 kämpfen natürlich weißt du wer das ist ja schon so ich komme aus dem sportraum raus tot ja dann im raketenwerfer hat er mir ein headshotter gegeben oder was jetzt finde ich das ist mit welcher er nicht so geben der einfach schnellfeuer trafte geballert es hat sie auch nach headshot angehört naja dann hätte ich ja nicht einer von hat den kopf gedroht das über die gibt es vorne und schön am ding zu es ist ja erst das habe nur die ganze verlegungsrunde na gut habe ich schon nahm für die folge verlegungsrunde verlegt das habe ich schon erwähnt dass ich havanus hasse ja hasse ich auch wahrscheinlich abends eigentlich ich nacht schlafen muss haben wir können nach den gehen nach hat ja wissen habe ich doch hat schon erst sagt doch das könnte doch einen grünen punkt gehen ja super ne 3 ja super ne 3 ja 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 ja